Das Erasmus Plus Projekt zielte darauf ab, die Internationalisierung qualitativ und strukturell an der Schule zu verankern. Durch die Teilnahme an verschiedensten europaweiten Weiterbildungsmaßnahmen konnten die Lehrkräfte ihre Kompetenzen verbessern. Internationale Kontakte wurden ausgebaut, gewonnene Erkenntnisse des Projektes fließen in die Qualitätsentwicklung der Schule ein. Junge Menschen optimal auf die europäische Arbeitswelt vorzubereiten und Englisch als Arbeitssprache nachhaltig zu etablieren, dies sind nur zwei der Ziele des Erasmus Plus Projekts. Der multilinguale und multidisziplinäre Schwerpunkt bildet die Leibnitzer Schülerinnen und Schüler zu europafitten, vernetzten und kreativen Köpfen aus. Ziel des Erasmus Plus Projekts war es, die Kompetenzen der Lehrkräfte durch internationale Fortbildungsmaßnahmen zu verbessern. Die gelernten Fähigkeiten und das neue Wissen konnten an der Schule im Lehrplan implementiert werden. Die Ergebnisse kommen aber nicht nur dem eigenen Lehrpersonal zugute. Auch externe Lehrkräfte profitieren im Rahmen von Jobshadowings von den neuen Methoden.